Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble! Ich spiele wieder Mech Arena und immer noch FFA und ich wünsche euch viel Spaß damit! So, das war's! Da geht auch schon die erste Runde los. Ich fange diesmal von links nach rechts an, also ich starte mit dem hier, meine Artillerie. Nein, noch nicht! Ascheloch! So, jetzt mache ich mit dem hier weiter. Er ist mal nach oben in Sicherheit. Juhu! Juhu! Umdrehen! Springen! Ah, da komme ich gar nicht hoch! Ich hätte ihn beinahe gehabt! Ich hätte ihn noch beinahe! Zack! Springen wir mal hier drauf! Hier war ich noch nie! Nur durch die Explosion kriegt er Schaden! Ah, schneller! Und? Loll! Das war KI! Was ist denn angemufft! Oh! Hallo! Hallo! Ich gehe doch ran. Wenn ich treffe, mache ich nicht so viel Schein, als wenn ich daneben schieße. Guck mal, ich schieße daneben. Zack, daneben. Okay, ich muss auch daneben treffen. Zweiter, immerhin. Immerhin, zweiter Platz. Das war die erste Runde, gleich gewonnen. Sagbar, bis gleich. Schauen wir nochmal schnell. Hallo. Uhuhui, ich bin hier. Viel Spaß. Die zweite Runde geht los und ich habe ein Mesh gewechselt. Und zwar, ich habe jetzt Aschonorus, wie heißt die Spinne hier, die habe ich mitgenommen. Weil ich habe ja eine Quest von Bain. Ich kann nicht lenken. Ich habe eine Quest mit, da brauche ich einen Helfer für. Also, die, wenn ihr das seht, ist die IT-Quest, ja. Oh, nein, das gibt es doch nicht. Zack, aber unten. Jo, Mesh. Nee. Und? Jawohl. Zwei Kills. Uhuhui. Nice. Kriege ich den auch noch? Hier. Drei. Zwei. Eins. Jawohl. Das war ja klar, dass der nicht getroffen wird. Getroffen wird? Ja. War schon irgendwie richtig. Ach, ja. Ich werde gerade richtig müde. Eintreffer. Eintreffer. Follow me. Okay. Zack. Und weg bin ich. aber hier lang feuer vielleicht treffe ich noch ein bevor ich sterbe ich bin ein mvp ich bin ein mvp mit drei kills das ist ja witzig und jetzt seht ihr auch die fest mit dem mensch den ich habe helfer mensch so dann würde ich mir sagen noch eine runde eine runde genau viel spaß ok ffa ich habe keine punkte mehr deswegen muss ich jetzt was anzuspielen und da habe ich mich für kontrollpunkt entschieden ich spiele mit meinem helfer mensch weil ich ja immer noch die eine quest machen möchte von wegen dass ich mvp sein muss ich hoffe es sind alles spieler das war nichts das war mal nichts gar nichts ok das war was 4 3 2 1 feuer und jawohl der nächste geht und down is a ich bin so langsam nichts getroffen hier laufen nur spinnen ich glaube die spinnen die mex komme ich rüber und was und fast wow er hat mich gehittet hittet zack nachladen das wird ja eine easy runde hier werden meine gute nummer schaut euch dort mal an hier zack ach schon wieder der dieser vollhorst da so den schnapp ich mir shadow mach dich auf den weg hallo ich bin hinter dir ach jetzt die supergirl meine gute nummer das kann doch nicht wahr sein wirklich ich glaube ich bin in der luft exklusiv war ich bin in der luft gegangen das haben wir gewonnen locker guck mal hier ich nehme jetzt den hier ne bau mein schild auf und baller jetzt hier ein nach dem anderen weg zack am visieren schuss fast down und hier jetzt kommt der nächste pass auf da am visieren ah und down zack nehme ich den noch schon ein wenn ich es schaffe ne ich schaffe ihn nicht mehr aber egal das war eine schöne runde ich bin zwar kein mvp aber es war eine schöne runde es hat mir sehr viel spaß gemacht sowas zu sehen gut dann würde ich mal sagen das war es mit dem video ich schaue mir doch noch schnell äh die dingens an da ich war der dritte der dritte auf den dritten platz war ich immerhin gut nice finde ich gut besser wie der letzte ja gut dann würde ich mal sagen Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen bis zum nächsten mal Tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal